Abschnitt 5 von Die Totenhochzeit Vier Erzählungen von Nathaniel Hawthorne, übersetzt von Franz Bley Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Peter Goldthwaites Schatz Teil 2 Peter, entschlossen wie das Schicksal und fleißig wie die Zeit, hatte nunmehr die oberen Regionen beendigt und war in das zweite Stockwerk hinabgestiegen, wo er in einem der Vorderzimmer geschäftig war. Es war früher das beste Gastzimmer gewesen, und die Sage bezeichnete es ehrenvoll als das Zimmer, worin Gouverneur Dudley und viele andere ausgezeichnete Gäste geschlafen hatten. Die Möbel waren daraus gänzlich verschwunden. An den Wänden hingen Überreste verblichener, zerfetzter Tapeten. Aber noch größere Stellen der Wand waren ganz hohl und mit Kohlezeichnungen, meistens von menschlichen Köpfen in Profil bedeckt. Es waren dies Proben von Peters jugendlichem Genius, und es wurde ihm deshalb schwerer, diese zu vernichten, als wenn es Malereien von Michelangelo an einer Kirchenwand gewesen wären. Eine Skizze, und zwar die beste, berührt ihn jedoch auf entgegengesetzte Weise. Sie stellte einen zerlumpten Mann vor, der sich teilweise auf einen Spaten stützte und seinen abgemagerten Körper über eine Grube in der Erde hinabbeugte, während er die eine Hand ausgestreckt hielt, wie um nach etwas zu greifen, was er gefunden hatte. Aber dicht hinter ihm stand mit teuflischem Lachen in ihren Zügen eine Figur mit Hörnern, Schweif und Hufen. »Fort, Satan!« schrie Peter. »Der Mann soll sein Gold haben!« So dann seine Axt aufhebend, versetzte er dem gehörnten Herrn einen solchen Hieb an den Kopf, dass nicht nur er, sondern auch der Schatzgräber dadurch total vernichtet wurde und die ganze Szene wie durch Zauberei verschwand. Überdies brach seine Axt durch Kalk und Lattenwerk der Wand und offenbarte in ihr eine Höhlung. »Gott sei uns gnädig, Herr Peter! Zankt ihr euch mit dem Bösen?« sagte Tabitha, die nach etwas Feuerholz für ihren Mittagstopf suchte. Ohne dem alten Weibe zu antworten, brach Peter noch einen Teil der Wand nieder und öffnete dadurch vollständig einen kleinen Wandschrank, der sich ungefähr brusthoch vom Erdboden neben dem Kamin befand. Er enthielt nichts als eine messigene Lampe, die mit Grünspan überzogen war, und ein staubiges Stück Pergament. Während Peter das Letztere untersuchte, ergriff Tabitha die Lampe und begann sie mit ihrer Schürze zu reiben. »Das Reiben hilft nichts, Tabitha«, sagte Peter. »Es ist nicht Aladins Lampe, obgleich ich sie für ein ebenso glückliches Zeichen halte. Sieh hier, Tabi!« Tabitha nahm das Pergament und hielt es dicht an ihre Nase, welche mit einer Brille von eiserner Einfassung bewaffnet war. Aber kaum hatte sie angefangen, dasselbe zu prüfen, als sie in ein heftiges Lachen ausbrach und beide Hände gegen ihre Seiten drückte. »Ihr könnt das alte Weib nicht zur Nährin machen«, rief sie. »Es ist ja eure eigene Handschrift, Herr Peter, dieselbe, wie ich sie in dem Briefe gelesen habe, den ihr von Mexiko schicktet.« »Hier ist allerdings eine große Ähnlichkeit vorhanden«, sagte Peter, »das Pergament von neuem untersuchend, »allein du weißt selbst, Tabi, dass dieser Wandschrank zugemauert worden sein muss, ehe du noch in dieses Haus kamst oder ich in die Welt.« »Nein, dies ist des alten Peter Goldthwaites Handschrift, und diese Kolonnen mit Pfunden, Schillingen und Penzen sind seine Zahlen und bezeichnen die Beträge des Schatzes. Und dies am Ende ist ohne Zweifel eine Bemerkung, die sich auf den Platz bezieht, wo der Schatz verborgen liegt. Allein, die Tinte ist so verblasst, dass es unmöglich ist, sie zu lesen. Wie schade!« »Nun, diese Lampe ist so gut wie neu, das ist wenigstens ein Trost«, sagte Tabitha. »Eine Lampe«, dachte Peter, »das bedeutet Licht für meine Untersuchungen.« In diesem Augenblick schien Peter mehr geneigt, über die Entdeckung weiter nachzugrübeln, als seine Arbeit fortzusetzen. Nachdem Tabitha hinuntergegangen war, stand er brütend über dem Pergament an einem nach der Straße hinausgehenden Fenster, welches von Staub so geschwärzt war, dass die Sonne nur einen undeutlichen Schatten durch dasselbe auf den Fußboden des Zimmers werfen konnte. Peter öffnete es mühsam und schaute auf die Hauptstraße der Stadt hinaus, während die Sonne in sein altes Haus hineinschaute. Die frische Luft, obgleich mild und sogar warm, berührte Peter wie ein Guss kalten Wassers. Es war der erste Tag des Tauwetters im Januar. Der Schnee lag tief auf den Dächern, aber löste sich schnell in Millionen Wassertropfen auf, welche mit dem Geräusche eines Sommerregens und im Sonnenscheine glänzend niederfielen. Die Straße entlang war der festgetretene Schnee so hart und dauerhaft wie ein Marmorpflaster und war trotz der frühlingsartigen Temperatur noch nicht feucht geworden. Allein als Peter seinen Kopf hinaussteckte, gewahrte er, dass die Einwohner, wenn nicht die ganze Stadt, durch diesen warmen Tag nach zwei bis drei Wochen Winterwetter bereits aufgetaut worden waren. Es gewährte ihm Freude, eine mit einem Seufzer verwünschte Freude, den Strom von Damen zu sehen, welche auf den glatten Seitenwegen herabkamen und mit ihren roten Wangen, die durch Hauben, Boas und Pelzkragen noch mehr gehoben wurden, wie Rosen mit einer neuen Art von Blätternhauch aussahen. Die Glocken der Schlitten erklangen fort, während, indem sie bald die Ankunft eines Schlittens von Vermont mit gefrorenen Ferkeln oder Hammeln oder Wildbeladen ankündigten, bald die eines regelmäßigen Marktvorläufers mit Hühnern, Gänsen, Puten und der ganzen Kolonie eines Farmhofes. Und bald die eines Landmannes mit seiner Frau, die nach der Stadt gefahren waren, teils um einige Einkäufe in den Läden zu machen und teils um etwas Butter und Eier abzusetzen. Dieses Paar fuhr in einem altmodischen, viereckigen Schlitten, der ihnen zwanzig Winter gedient und zwanzig Sommer hindurch in der Sonne neben ihrer Haustür gestanden hatte. Jetzt fuhren ein Herr und eine Dame in einem eleganten Schlitten, der einer Muschel ähnlich geformt war, über den Schnee leichter hin, und nun erschien ein Staatsschlitten, dessen Tuchvorhänge zurückgeschlagen waren, um die Sonne hineinzulassen, und flog pfeilschnell die Straße hinunter, allen Fuhrwerken, die sich ihm in den Weg stellten, leicht ausweichend. Nie hatte Peter eine lebhaftere Szene gesehen, der helle Sonnenschein, die glänzenden Wassertropfen, der strahlende Schnee, das heitere Volk, die Abwechslung der fliegenden Schlitten und der Schall der fröhlichen Glocken, die das Herz nach ihrer Musik tanzen ließen. Nichts Trübes und Unfreundliches war zu sehen, als das spitzige Altertumstück Peter Goldbates Haus, das von außen wohl traurig aussehen konnte, da eine so fürchterliche Verwüstung in seinen Eingeweiden vorging. »Peter! Wie geht das, Freund Peter?« rief eine Stimme über die Straße, während Peter seinen Kopf zurückzog. »Schaut heraus, Peter!« Peter blickte hinaus und gewahrte seinen alten Kompagnon John Brown, der auf dem gegenüberliegenden Seitenwege stattlich gekleidet, in einem mit Pelz gefütterten Überrocke, welcher aufgeschlagen war, und einen feinen anderen Rock darunter sehen ließ. Seine Stimme hatte die Aufmerksamkeit der ganzen Stadt auf Peter Goldbates Fenster und die in demselben sichtbare Vogelscheuche gerichtet. »Sagt mir, Peter!« rief Brown von Neuem. »Was zum Teufel treibt Ihr denn, dass ich jedes Mal ein so furchtbares Gelärm und Gepolter höre, wenn ich an Eurem Hause vorbeigehe? Ihr bessert wohl das alte Haus aus, macht ein neues daraus, hä?« »Ich fürchte, es ist zu spät dazu, Herr Brown,« erwiderte Peter. »Wenn ich es neu herstelle, so muss es inwendig und auswendig neu werden, vom Fundament an.« »Wäre es nicht besser, Ihr überließet mir das Geschäft?« fragte Brown mit besonderer Bedeutung. »Noch nicht,« antwortete Peter, das Fenster hastig schließend. Denn seitdem er in seiner Nachsuchung nach dem Schatze begriffen war, mochte er es durchaus nicht leiden, von Leuten angesehen und beobachtet zu werden. Während er sich vom Fenster zurückzog, seiner äußeren Armut sich schämend, aber stolz auf den innerhalb befindlichen geheimen Reichtum, schimmerte ein hochmütiges Lächeln auf seinem Gesicht, das sich gerade so ausnahm, wie die trüben Sonnenstrahlen in dem schmutzigen Zimmer. Er versuchte, eine Miene anzunehmen, wie sein Vorfahrt sie wahrscheinlich gezeigt hatte, als er des Ruhmes genoss, ein festes Haus als heimatliche Städte für viele Generationen seiner Nachkommenschaft gebaut zu haben. Allein das Zimmer erschien seinen vom Schnee geblendeten Augen entsetzlich finster und in einem düstern Gegensatze mit der frohen und lebendigen Szene, auf die er soeben geschaut hatte. Der kurze Blick, den er auf die Straße getan hatte, hatte ihm eine eindringliche Vorstellung von der Art und Weise gegeben, in welcher die Welt ihre Heiterkeit nährt und ihr Gedeihen fördert, nämlich durch gesellige Vergnügungen und einem lebendigen Geschäftsverkehr, während er in seiner Abgeschiedenheit ein Ziel verfolgte, welches möglicherweise ein Trugbild sein konnte und auf einem Wege, den die meisten für Wahnsinn erklären würden. Es ist ein großer Vorteil einer sozialen Lebensweise, dass ein jeder seinen eigenen Geist nach dem Anderer reguliert und sein Betragen nach dem seiner Nachbarn bildet, sodass er sich selten in Exzentrizität verliert. Peter Goldthwaite hatte diesen Einfluss in dem Augenblicke empfunden, als er zum Fenster hinaus sah. Einige Zeit war er zweifelhaft, ob überhaupt ein verborgener Goldkasten vorhanden sei und wenn nicht, ob es wirklich so sehr weise gehandelt sei, das ganze Haus niederzureißen, nur, um sich von seiner Nicht-Existenz zu überzeugen. Allein diese Zweifel waren nur vorübergehend. Peter, der Zerstörer, fuhr mit seinem Werke fort, welches das Schicksal ihm übertragen hatte, und hielt eher wieder an, als bis es vollendet war. Im Laufe seiner Nachsuchungen stieß er auf viele Gegenstände, welche gewöhnlich unter den Ruinen eines alten Hauses gefunden werden und auch auf andere, welche nicht besonders wichtig, schien ihm ein rostiger Schlüssel zu sein, den er in einer Mauerspalte fand, mit einem hölzernen Angehänge, welches die Anfangsbuchstaben P.G. trug. Eine andere seltsame Entdeckung war die einer Flasche Wein, welche in einem alten Ofen gefunden wurde. Es herrschte die Sage in der Familie, dass Peters Großvater, welcher ein lustiger Offizier im alten französischen Kriege gewesen war, manches Dutzend kostbarer Flaschen für dann noch ungeborene Trinkbrüder beiseite gesetzt und versteckt habe. Peter bedurfte keiner Herzstärkung durch geistige Getränke, um seine Hoffnungen aufrecht zu erhalten, und bewahrte deshalb den Wein auf, um seinen Erfolg damit zu feiern. So mancher Penny wurde gefunden, der durch die Ritzen des Fußbodens gefallen war, und einige spanische Münzen und ein halb durchbrochener Einpens, der wahrscheinlich als ein Liebeszeichen gedient hatte. Auch eine silberne Krönungsmedaille Georg III. wurde gefunden. Aber des alten Peter Golds Golds Goldkasse floh von einer Ecke in die andere oder entging dem Griffe des zweiten Peter auf andere Weise, bis dieser endlich, wenn er noch länger suchen wollte, in die Erde graben musste. Wir wollen ihm in seinem triumphreichen Fortschritte nicht Schritt für Schritt folgen. Genüge es zu sagen, dass Peter wie eine Dampfmaschine arbeitete und in einem Winter das Werk vollendete, was alle früheren Bewohner des Hauses mit Hilfe der Zeit und der Elemente in einem Jahrhundert nur zur Hälfte vollbracht hatten. Mit Ausnahme der Küche war jedes Zimmer und jede Kammer ausgeweidet. Das Haus war nichts mehr als eine Schale, der Schrein eines Hauses, so unwirklich wie die gemalten Gebäude eines Theaters. Es war gerade wie die Rinde eines großen Käses, worin eine Maus so lange gehaust und genagt hatte, bis es kein Käse mehr war. Und Peter war die Maus. Was Peter niedergerissen hatte, war von Tabitha verbrannt worden, denn sie machte den sehr weisen Schluss, dass sie ohne Haus auch kein Holz gebrauchten, um es zu wärmen und Sparsamkeit Unsinn sei. Auf diese Weise war das ganze Haus, wie man sagen konnte, in Rauch aufgegangen und war durch den großen schwarzen Rauchfang der Küche geflogen. Es war ein merkwürdiges Seitenstück zu der Tat eines Mannes, der in seine eigene Kehle hinabgesprungen war. In der Nacht zwischen dem letzten Winter und dem ersten Frühlingstage war bereits jede Spalte und Mauerritze des Hauses durchsucht worden, ausgenommen im Bereiche der Küche. Dieser Schicksalsabend war ein sehr unfreundlicher. Ein heftiger Schneefall war seit mehreren Stunden eingetreten und wurde durch einen wahren Orkan in der Atmosphäre umhergetrieben, der gegen das Haus anstürmte, als wenn der Fürst der Lüfte in eigener Person den Schluss zu Peters bisheriger Arbeit liefern wollte. Da die äußeren Mauern durch den Wegfall der inneren Stützen so sehr geschwächt worden waren, so würde es kein Wunder gewesen sein, wenn bei einer noch etwas heftigeren Gewalt des Sturmes die morschen Mauern mit ihren spitzigen Giebeln über dem Kopf des Eigentümers zusammengestürzt wären. Er kümmerte sich jedoch nicht um die Gefahr, sondern war so wild und ruhelos wie die Nacht selbst oder wie die Flamme, die bei jedem Stoße des Sturmwindes in den Schornstein empor schoß. »Den Wein, Tabitha«, rief er, »meines Großvaters kräftigen alten Wein, wir wollen ihn jetzt trinken.« Tabitha stand vor ihrer von Rauch geschwärzten Bank in der Ecke des Kamins auf und stellte die Flasche vor Peter hin, dicht neben die alte Messinglampe, welche gleichfalls ein Preis seiner Nachsuchungen gewesen war. Peter hielt sie vor seine Augen und indem er durch die durchsichtige Flüssigkeit schaute, erschien ihm die ganze Küche wie von einer goldenen Glorie illuminiert, welche selbst Tabitha umschloß und ihr Silberhaar vergoldete und ihre ärmlichen Kleidungsstücke in Gewänder von königlichem Glänze verwandelte. Es erinnerte ihn an seine goldenen Träume. »Herr Peter«, bemerkte Tabitha, »muss der Wein getrunken werden, ehe das Geld gefunden ist?« »Das Geld ist gefunden«, rief Peter mit einer Art Wildheit. »Die Kiste ist in meinen Händen. Ich will nicht eher ruhen, als bis ich diesen Schlüssel in seinem verrosteten Schloss umgedreht habe, aber vor allen Dingen laß uns trinken.« Da kein Korkenzieher im Hause war, so schlug er den Hals der Flasche mit Peter Goldthwaites rostigem Schlüssel ab, dann füllte er zwei kleine Teetassen, welche Tabitha zu diesem Zwecke vom Küchenschranke geholt hatte. So hell und klar war dieser alte Wein, daß er selbst in den Tassen durchsichtig war und die scharlachernen Blumenknospen auf dem Boden der Tasse noch deutlicher erscheinen ließ, als wenn kein Wein darin gewesen wäre. Sein kräftiger, schöner Geruch verbreitete sich durch die ganze Küche. »Trink, Tabitha«, rief Peter, »Segen auf den braven alten Burschen, der für uns diesen kostbaren Wein zurückgesetzt hat, und nun auf das Andenken Peter Goldthwaites. »Und guten Grund haben wir, seiner zu gedenken«, bemerkte Tabitha, während sie trank. »Wie viele Jahre lang und durch wie manche Glücks- und Schicksalswechsel hatte diese Flasche ihre begeisternde Kraft aufbewahrt, um endlich von diesen beiden Genossen getrunken zu werden. So lange, bis sie sie beendigt haben, müssen wir uns anderswo hinwenden.« Es trug sich zu, daß John Brown sich in dieser stürmischen Nacht in seinem auf Stahlfedern gepolsterten Armstuhle und an der Glut seines Kohlenfeuers, welches sein schön eingerichtetes Wohnzimmer beleuchtete, nicht nach Wunsch befand. Er war von Natur ein gutherziger Mann, gütig und mitleidig, sobald das Unglück anderer sein Herz durch die gepolsterte Weste seines eigenen Glücks erreichen konnte. Diesen Abend hatte er viel an seinen alten Kompagnon, Peter Goldthwait, gedacht, an seine sonderbaren Pläne, sein fortwährendes Missgeschick, die Armut seiner Wohnung und Peters dürre, hagere Erscheinung, als er mit ihm am Fenster gesprochen. »Armer Mann,« dachte John Brown, »armer, verrückter Peter Goldthwait, um unserer alten Bekanntschaft willen hätte ich doch dafür sorgen sollen, daß er in diesem harten Winter keine Not leide.« Diese Empfindungen wurden so mächtig in ihm, daß er trotz des rauen Wetters beschloß, Peter Goldthwait augenblicklich zu besuchen. Die Gewalt, mit der er sich dazu getrieben fühlte, war wirklich sonderbar. Jedes Geheul des Sturmwindes schien ihm eine Mahnung zu sein, oder würde ihm so geschienen haben, wenn Brown gewohnt gewesen wäre, das Echo seiner Phantasie im Winde zu hören. Höchlich erstaunt über ein so eifriges Wohlwollen, hüllte er sich in seinen Mantel, wickelte um Hals und Ohren Tücher und Schale und bot so verwahrt dem Sturmwinde trotz. Allein die Gewalt der Lüfte war die stärkere im Kampfe. Brown passierte gerade mit Schwierigkeit die Ecke von Peter Goldthwaites Haus, als der Orkan ihn aus dem Gleichgewichte brachte und mit dem Gesicht, der zuerst in einen tiefen Schneehaufen warf und so dann seinen hervorstehendsten Teil unter neuen Schneewehen zu begraben suchte. Es schien wenig Hoffnung für seine frühere Wiederauferstehung als mit dem nächsten Tauwetter vorhanden zu sein. Gleichzeitig war ihm sein Hut entführt worden und wirbelte hoch in irgendeiner unbekannten Region umher, von wo bis jetzt noch keine Nachrichten wieder herabgelangt sind. Nichtsdestoweniger gelang es Brown, sich einen Weg durch das Schneegestöber zu bahnen, und er arbeitete sich mit bloßem Kopf gegen den Sturm ankämpfend bis an Peters Tür. Dort herrschte ein solches Knarren, Krachen und Rasseln des morschen, im Sturme wankenden Gebäudes, das selbst das lauteste Klopfen den Inwohnenden nicht hörbar gewesen sein würde. Er trat deshalb ohne Umstände ein und suchte sich tappend den Weg nach der Küche. Sein Eindringen selbst bis dahin blieb unbemerkt. Peter und Tabitha standen mit dem Rücken gegen die Tür über eine große Kiste gebückt, welche sie, wie es schien, soeben aus einer Höhlung in der Wand oder einem geheimen Wandschranke auf der linken Seite des Kamins hervorgezogen hatten. Beim Lichte der Lampe, welche das alte Weib in der Hand hielt, sah Brown, dass die Kiste mit eisernen Riegeln und Klammern versehen und durch einen eisernen Beschlag befestigt war, so daß sie als ein passendes Behältnis erschien, um den Reichtum eines Jahrhunderts für das Bedürfnis eines Späteren darin aufzubewahren. Peter Goldwaite war im Begriffe, einen Schlüssel in das Schloss zu stecken. »O Tabitha«, rief er mit bebendem Entzücken, »wie soll ich den Glanz ertragen? Das Gold, das glänzende, glänzende Gold! Mir ist's, als könnte ich mich meines letzten Blickes erinnern, den ich darauf warf, kurz, ehe der eisenbeschlagene Deckel niederfiel. Und seit dieser ewig langen Zeit, seit siebzig Jahren, hat es nur im Dunkeln gestrahlt und seinen Glanz für diesen glorreichen Moment aufbewahrt. Es wird uns blenden, wie die Mittagssonne.« »Dann beschattet eure Augen, Herr Peter«, sagte Tabitha etwas ungeduldiger als gewöhnlich. »Aber um Himmels Willen dreht den Schlüssel!« Und mit gewaltiger Anstrengung beider Hände zwängte er den rostigen Schlüssel durch die Hemmnisse des rostigen Schlosses. Herr Brown hatte sich inzwischen genähert und steckte gerade in dem Augenblicke, wo Peter den Deckel aufhob, sein Gesicht neugierig zwischen die Köpfe der beiden anderen. Kein plötzlicher Glanz erleuchtete die Küche. »Was ist drin?«, rief Tabitha ihre Brille zurechtrückend und die Lampe über die offene Kiste hinhalten. »Peter Goldthwaites alter Lumpenschatz!« »Ganz richtig, Tabitha,« sagte Brown, eine Handvoll von dem Schatze aufhebend. »Oh, welchen Geist eines toten und begrabenen Reichtums hatte Peter Goldthwait heraufbeschworen, um sein bisschen Verstand ganz darin zu verlieren. Hier lag der Schein einer ungeheuren Summe, groß genug, um die ganze Stadt zu kaufen und neu zu bauen, für die aber, so unermesslich sie auch war, kein vernünftiger Mensch einen guten Sixpence geben würde. Worin bestanden denn nun, ernstlich gesprochen, die trügerischen Schätze der Kiste? Es waren alte Provinzialkreditscheine und Tresorscheine und Grundbanknoten und andere dergleichen wertlose Lumpen in verschiedenen Daten von ihrer ersten Ausstellung vor ungefähr 150 Jahren bis zur Zeit der Revolution. Noten von tausend Pfund waren mit Papierpensen vermischt und nicht mehr wert als diese. »Und dies ist also des alten Peter Goldthwaits Schatz?« fragte John Brown. »Euer Namensvetter Peter war euch nicht ähnlich. Als die Provinzialpapiere um 50 bis 70 Prozent gefallen waren, kaufte er sie auf in Erwartung, dass sie wieder steigen würden. Ich habe meinen Großvater Sagen hören, dass der alte Peter Goldthwait seinem Vater eben dieses Haus nebst Länderei verpfändete, um Geld zu diesem törichten Unternehmen zu bekommen. Allein das Papiergeld fiel immer mehr und mehr, bis es endlich niemand mehr geschenkt nehmen wollte. Und da war Peter Goldthwait der Erste wie der Zweite, mit Tausenden in seinem Geldkasten und kaum einem Rocke auf dem Leibe. Aber dies ist gerade die passende Art von Kapital von Luftschlösser. »Das Haus bricht über uns zusammen,« schrie Tabitha, als der Wind mit erhöhter Heftigkeit dagegen stürmte. »Lass es brechen,« sagte Peter, sich mit untergeschlagenen Armen auf die Kiste setzend. »Nein, nein, mein alter Freund Peter,« sagte John Brown, »ich habe Platz genug in meinem Hause für euch und Tabby und ein sicheres Gewölbe für den Schatzkasten. Morgen wollen wir sehen, ob wir in unserem Handel über das alte Haus einig werden können. Grundbesitz hat seinen Wert, und ich könnte euch einen guten Preis dafür bieten.« »Und ich,« erwiderte Peter Goldthwait mit neu erwachenden Lebensgeistern, »habe einen Plan, das Geld recht vorteilhaft anzulegen.« »Was das betrifft,« murmelte John Brown für sich, »so müssen wir uns wohl an das nächste Gericht wegen eines Vormundes wenden, und wenn Peter durchaus fortspekulieren will, so mag er es mit Gefallen mit des alten Peter Goldthwaites Schatze tun.« Ende von Abschnitt 5 Ende von Die Totenhochzeit Vier Erzählungen von Nathaniel Hawthorne Übersetzt von Franz Blei, gelesen von Bernd Ungerer.